Guck in meinen Koffer. Das ist mein Scherz. 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 Guten Tag. James. James. Walken, into me. Das war's für mich. 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 Um, um... Musik 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 Amen. All right, it's a song called Neverland. Moment, ich muss nachgucken, wo man noch Einstellung kriegt. Ich habe die Präparationszeit. Das ist ja alles eine Frage der Einstellung. Das ist ja alles eine Frage. 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 Oh, here we go I can't believe that life just passes Oh, here we go Nobody's ever knew I missed before Nobody's ever loved me before Nobody's ever loved this way before How many people hours have to go across the line? How many people get tired before they die? How many people get tired? 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 Wenn das nicht vernünftig ist, sagst du zweimal gut. Wenn das nicht vernünftig ist, dann kann es nicht sein. Okay, go. Alright, how y'all doing? Okay. Okay. Okay, so I guess I get stuck in the planes and stuff down. Um, this is an old song of mine called Overrated. Okay, so I guess I get stuck in the plane. Okay. Okay. Okay, so I get stuck in the plane. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er ist ein großer Furious Waterhouse Fan Ja, das hast du schon gesagt Ja, ich würde dieses Lied gestern Abend lernen, extra für ihn Ja, das ist mein Lieblingsbild nämlich. Und die finde ich auch voll geil. Und die heißt Reality Sucks. Yes. Ja, das ist mein Lieblingsbild. Ja, das ist mein Lieblingsbild. Ja, das ist mein Lieblingsbild. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020